Wir alle wissen, der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort sind die Hauptfaktoren für eine kluge Investition. Diese Phase ist definitiv der richtige Zeitpunkt, um die Gelegenheit zu nutzen. Aber das alleine würde nicht ausreichen, wenn Sie nicht den richtigen Partner finden. Hallo und willkommen bei Ellington Properties. Mein Name ist Sabrina Meier und ich bin Immobilienberaterin. Heute möchte ich Ihnen unser neuestes Projekt Belgavia Square vorstellen, welches zusammen mit Belgavia 1 und Belgavia 2, die bereits 2017 und 2019 fertiggestellt wurden, Teil unserer Belgavia Serie ist. Belgavia Square ist ein Wohngebäude, welches aus Erdgeschoss und vier Stockwerken besteht. Es liegt in Jumeier Village Circle und hat Fertigstellung in 2021. Das Projekt besteht aus zwei L-förmigen Wohnblöcken, die zusammen ein perfektes Quadrat bilden, in dessen Zentrum sich der Pool befindet, der mehr in einem Resort-Stil-Pool gebaut ist. Zusätzlich haben wir das Fitnessstudio, Clubhouse und den Kinderspielbereich. Aktuell bieten wir zwei und drei Zimmerwohnungen an, wobei zwei Zimmerwohnungen von ca. 187.000 Euro starten und drei Zimmerwohnungen von ca. 300.000 Euro. Willkommen bei Belgavia Square. Wenn Sie die Wohnung betreten, sehen Sie auf der rechten Seite die Gäste-Toilette, während Sie auf der linken Seite eine voll ausgestattete Küche haben. Wenn wir bei Erlinken von einer voll ausgestatteten Küche sprechen, dann ist die Rede von einem eingebauten Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle und Ofen, dem Geschirrspüler sowie dem Herd und die Dunstabzugszaube. Zusätzlich achten wir darauf, Ihnen maximalen Stauraum zu bieten. Daher finden Sie eine Eckvorratskammer sowie Stauraum über der Dunstabzugszaube und unter der Spüle. Wenn Sie weiter in die Wohnung eintreten, finden Sie auf der linken Seite eine Frühstückstheke, an der Sie einen schnellen Snack genießen können oder auch Ihre Mahlzeit servieren können. Jetzt, wo wir die Wohnung weiter betreten, sehen Sie genügend Platz für Ihren Essbereich und Wohnbereich. Zusätzlich beträgt die Denkenhöhe 3,2 Meter, welches deutlich über dem Standard liegt. Der Wohnbereich ist außerdem zugänglich zum Balkon, der auch vom Schlafzimmer erreichbar ist. Bei Erlinken sind wir dafür bekannt, auch auf die kleinen Details zu achten. Warum? Weil wir daran glauben, dass die kleinen Details den Unterschied machen. So zum Beispiel unsere eingebaute Wäschekammer. Wir möchten nicht, dass Sie sich Gedanken machen über einen Platz für Ihre Waschmaschine. Zusätzlich finden Sie genügend Platz für Ihre Reinigungsmittel. Nun lassen Sie uns ins Schlafzimmer gehen. Wenn wir das Schlafzimmer betreten, finden Sie auf der rechten Seite einen eingebauten Kleiderschrank in L-Form mit sechs Türen, der Ihnen genügend Platz für Ihre Kleidung bietet. Um den Starrraum zu maximieren, finden Sie ebenfalls den Platz für Ihren Koffer, sowie die Ecke, die komplett ausgenutzt wurde. Nun lassen Sie uns ins Badezimmer gehen. Im Badezimmer finden Sie den Starrraum unter der Spüle, sowie über der Spüle als Medizinschrank. Zusätzlich haben wir zwei Duschköpfe. Einmal die Handdusche für die schnelle Dusche und die Regendusche. Um das Bar-Erlebnis zu bekommen, haben wir auch eine Marmorbank eingebaut. Nun lassen Sie uns ins Schlafzimmer gehen. Sobald Sie das Schlafzimmer betreten, werden Sie feststellen, dass die Räume groß genug sind, um nicht nur Platz für ein King-Size-Bett zu haben, sondern zusätzlich auch noch für Ihren Arbeitsbereich. Wie bereits zuvor erwähnt, hat das Schlafzimmer Zugang zum Balkon wie vom Wohnzimmer auf. Wie bereits zuvor erwähnt, wird eine kluge Investition immer von der richtigen Zeit und dem richtigen Ort unterstützt. Wir alle wissen, dass heute der richtige Moment ist, um in den Markt einzutreten. Und nach unserer heutigen Tour haben wir Ihnen ebenfalls gezeigt, dass Erliken der richtige Partner dafür ist. Sollten Sie Interesse haben, uns in unserem Büro zu besuchen oder in Kontakt zu treten über eine Online-Plattform wie zum Beispiel Zoom, würden wir Sie gerne dabei unterstützen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und sich dieses Video angeschaut haben. Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie uns.